Liebe Zuschauer, ihr seid meine allerbesten Menschen. Ich liebe euch ohne Ende. Das wollte ich schon immer mal sagen. Young Felsalat, zu dem ich ja ein Video gemacht habe, der hat auf dieses Aliyah, das N97-Ding so reagiert und so irgendwie eine komische Reaktion gemacht. Das war schon weird. Der hat jetzt ein Video gemacht. Junge, also mein Video ging 18 Minuten und Young Felsalat hat eine Reaction drauf gemacht. Das geht eine Stunde 28 Minuten. Das wird eine sehr lange Reaction jetzt. Ich bin gespannt, was er so sagt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Felsalat hat keine Ahnung und bezeichnet Elias als Ausbeuter. Das stimmt. Hat er so gesagt. Von Alpha Kevin. Gut. Dann, äh, let's go. Es ist mal wieder soweit. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Denn dieses Video hier wird viel von mir abverlangen wie gute Händler. Und damit ich es jetzt nicht so in die Länge ziehe, erkläre ich euch kurz, was Phase ist. Denn ich bin bekanntlicherweise kein Mann der vielen Worte. Elias N97 hat vor kurzem seinen Elegana Cup in Berlin in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen. Zuvor gab es dann noch einen Vorfall, bei welchem er darüber sprach, dass es undankbare Influencer und auch Managements gibt, die Extra-Forderungen gestellt haben, sonst würden ihre Influencer nicht bei diesem Event erscheinen. Das Ganze sah in Kurzform ungefähr so hier aus. Sie, äh, die Muck... Ich, 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 ich mach mal kurz weiter, weil ich kann es... Ich hab jetzt keinen Bock, mir wieder von Elias das anzuhören. Also ihr wisst ja mittlerweile auch Bescheid mit Sicherheit. Äh, weil das sind über 200.000 Abo-Kan... Kevin ist eigentlich ad acta... Äh, bei den Reaktionen... Was, was hat er noch gesagt? Und ich zumindest... Ich mach Moneten! Leftol, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Gumo, du schönes Wesen. Ey, Gumo, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Die Chance haben will. Es muss ein gutes Hotelzimmer sein. Ich muss es mir trotzdem anhören. Okay, jetzt will ich... Gefällt es dir? Ja, warum schaust du dir das an? Naja, weil es ein Alpha-Kevin-Hauptvideo ist und ich zumindest die Chance haben will, äh, eine Reaction da drauf hochzuladen. Äh, weil das ein über 200.000 Abo-Kanal ist. Äh, bei den Reaction-Dingern war es mir nicht so wichtig von, von Alpha-Kevin oder so, aber da, äh, hätte ich schon ein Bedürfnis, was zu zu sagen und dann will ich das eigentlich ad acta legen, das Ding. Ja, gut ist ein... Da bin ich ja mal gespannt, wie seine Argumentation hier wird. ...klargemacht hat, mit Reisekostenübernahme und Co. kam plötzlich noch ein Management und hat noch Extra-Forderungen gestellt, kurz vor dem Cup von Eli. Und das empfanden ziemlich viele Leute, inklusive EliasN97 als... Ich muss dir mal vorstellen, Leute haben vor dem Event noch Extra-Forderungen gestellt. Äh, ich denke mir so, okay, das ist eigentlich so absurd harmlos. Das ist absurd harmlos. Wolfer, danke dir. Ziemlich undankbar. Ich selbst hatte das ebenfalls genauso war. Ja, was heißt harmlos? Es ist halt undankbar. Und das ist der Punkt. Mal schauen. Genommen hat er auch einen Tweet darüber verfasst und ich habe auch ein extra Video dazu erstellt, über die Undankbarkeit generell in der Szene. Und dort hatte ich auch darüber gesprochen, dass es halt auch unter anderem YouTuber und Streamer gibt, die denken, die seien etwas ganz Besonderes. Was ich, by the way, ziemlich unangenehm finde, denn am Ende des Tages atmen wir alle die gleiche Luft und der ein oder andere sollte dringend mal geerdet werden. Nun ja, jetzt gab es allerdings einen Streamer namens YoungFeldSalat. Hallo. Und er ist der Meinung, dass Eli mit dieser Aktion ziemlich deutlich seine Kollegen abzieht und ausbeutet, um mehr finanziellen Profit zu erlangen. Es wird ein Event veranstaltet, in der... Junge, also er lässt ja fast mein Video relativ gut durchspielen. Wie kommt er auf eine anderthalb Stunde Reaction? Holy moly, man. Mercedes-Benz Arena mit, keine Ahnung, 17.000, 18.000 Menschen Fassungsvermögen. Und diese Influencer, die das... Ich bin auch gespannt. Wait, der Titel des CD ist lautet Alpha Ken vertritt mir die Worte im Mund. Ich glaube, for real, ich habe wirklich null die Worte im Mund verdreht. Ich glaube, ich habe ja wirklich auch die ganzen Einblendungen von ihm genau so gezeigt, wie er es gesagt hat. Wie kann ich ihm die Worte im Mund verdreht haben? Das ist auch bei der Reaction, das ist auch... Also wir haben ja das ganze, das ganze VOD geschaut. Ähm. Ich glaube, da ist auch nichts anders bei rumgekommen, als das, was ich aufgezeigt habe. Deswegen bin ich gespannt. Das ganze Event ja quasi machen, weil die ja die Teilnehmenden sind. Die sind so frech, verzichten noch, verzichten auf ihre Gage. Die haben nicht mal eine Gage. Die kriegen, die kriegen Hotel bezahlt, Verpflegung und die Anfahrt. Und die sagen, Digger, ey, ich hätte aber schon gern, wenn ich jetzt schon so verreisen muss und ich da mitmache, hätte ich schon gern so ein gutes Hotel, ne? Und würde halt schon gern angenehm verreisen. Und, ähm, Elias sagt, das wäre undankbar und respektlos. Ganz genau, wenn man ein Ultimatum stellt, dass man nicht teilnimmt, wenn man etwas nicht direkt bekommt, dann ist das einfach undankbar und trotzig. Und was für ein... Das kannst du so gar nicht behaupten. Also, kann sein, dass es so war, ne? Weiß man nicht, ne? Man kennt nicht den Wortlaut, ne? Man kennt nicht... Ja, man kennt nur das, was Eli gesagt hat. Und das war ja dann praktisch im Prinzip so. Also, entweder wir bekommen das und das oder die reißen nicht an. Ist ein Ultimatum, wurde genau so gesagt. Dementsprechend habe ich es auch so wiedergegeben. Den Text nicht gesehen. Vielleicht war es eine Mail-Anfrage. Vielleicht war es ein Telefonat mit dem Management. Das heißt, wir wissen das nicht. Wie konkret das ausgesehen hat. Ähm, wir haben halt nur die Aussage von Elias dazu, ne? Ja, und darauf stütze ich mich. Es geht ja hier um die Aussage von Elias. Darauf stütze ich... Also, was anderes haben wir nicht. Dementsprechend beziehe ich mich darauf. Ist ja klar. Eine Gage eigentlich. Das ist ein Streamer- und YouTuber-Event, bei welchen alle mitmachen, weil sie halt auch einfach Lust und Laune dazu haben. Es gibt auch YouTuber, die alles dafür gezahlt hätten. Ja, offensichtlich, ähm, haben ja ein paar gesagt, ähm, dass ihnen das nicht ausreicht. Und, ähm, haben offensichtlich, äh, gedacht, nö, das ist, äh, ich hätte da gerne ein bisschen mehr. War ja nicht ich, ne? Ich habe ja nicht gesagt, ist ja nicht so, dass die, dass die Leute gesagt haben, äh, ey, wir kriegen das und das Hotel. Und ich so gesagt habe, das ist viel zu wenig. Dieses Hotel, das ist völlig unangemessen. War ja nie der Fall, sondern... Ja, du hast nur gesagt, dass die gefühlt in der Jugendherberge schlafen, also... Ungefähr hast du schon so was Ähnliches gesagt, kann man schon fast meinen, ja? Und dass du es dreist fandest, dass sie keine Gage bekommen und so. Joa, es ist ein Turnier, wo du einfach Freunde einlädst und nicht buchst und so. Und du hast da grundlegend was verwechselt. Ich habe ja darauf reagiert, dass die Leute gesagt haben, es ist uns zu wenig. Also ich habe das ja nicht erfunden. Oder, ähm, wie soll ich sagen, ich habe das ja gar nicht aufgestellt. Ich habe diesen Fakt genommen, dass Menschen sagen, ja, ich hätte da gerne mehr, das war mehr als eine Person. Ähm, und greift es auf und sagt, joa, also könnte man schon machen, ne? Und da muss man ja dazu sagen, dass ja alle vor dem Event überhaupt keine Infos hatten, ne? Also es gab ja, ähm, es gab ja die Forderung danach, von den Leuten bloß eins. Es gab die Forderung, besseres Hotel. und, äh, genau. Und die Anreise erste Klasse. Keine Ahnung, wie die Leute letztendlich jetzt angereist sind, weiß man nicht. Von ein paar Tweets, von Leuten, die dort waren, kann man entnehmen, dass die ne bloß eins gekriegt haben. Das heißt, dieser Forderung wurde offensichtlich wohl nachgegeben. So habe ich das zumindest verstanden. Also hat man diese Forderung sogar, äh, diese Forderung sogar erfüllt und hat gesagt, ja, bloß eins, okay. Oder war das, was gesagt wurde, falsch? Dass die schon von Anfang an ne bloß eins hatten. Ne? Und dann, das, das verwirrt mich halt. Also hat man ja offensichtlich selber gedacht, ja, okay, kann man schon machen. Und hat's dann wohl auch gemacht. Vielleicht hab ich auch einen Denkfehler. Ich glaube, dieses bloß eins hat er nicht mal wirklich großartig, äh, kritisiert, sondern dass man extra Forderungen nochmal stellt mit, ja, wir möchten erste Klasse fliegen, fahren, wir möchten, äh, noch ein besseres Hotel, obwohl da schon alles abgedeckelt wäre. Also, äh, darum geht's doch einfach. Und scheinbar auch kurz davor, obwohl schon die, die Sachen im Prinzip standen. Kann auch sein. Weil halt so ein Event nicht selbstverständlich ist und derjenige, der das austrägt, halt einfach Respekt verdient. Und da sind wir schon wieder beim Thema Dankbarkeit. Shoutouts gehen übrigens raus. Dass Elias Respekt verdient steht völlig außer Frage. Jeder Mensch hat Respekt verdient. Ähm, man soll jeden Mensch respektieren. Ähm, Junge. Ähm, Junge, es geht doch nicht darum, den Menschen zu respektieren. Es ist ja wohl logisch, dass man den Mensch an sich respektiert. Es geht darum, dass man den Menschen respektiert, weil er so etwas auf die Beine stellt. So, also, Respekt im Sinne von, er macht so ein Projekt, das macht halt nicht jeder. Das ist ja im Sinne von, Respekt verdient. Und nicht, er als Mensch verdient Respekt. Natürlich verdient jeder Mensch Respekt. Äh, Junge, das ist doch offensichtlich, was für ein Kontext ist das hier gerade erzählen. Es, äh, ging da drum, dass Elias selber sagt, dass andere respektlos sind. Aber das heißt ja nicht, dass die respektlos sind. Also, ne, einfach, Kevin nimmt das halt einfach so hin. So, ja, die waren respektlos, die haben keinen Respekt vor Elias, aber das stimmt nicht. Das ist nur Elias empfinden, dass das respektlos ist. Ja, und wir haben nur die, wir haben nur die Aussagen von Elias. Und, wenn man sich nach den Aussagen richtet, ist das halt respektlos. Was will ich denn anders noch interpretieren? Es ist halt nun mal, Elias sagt, jo, es ist respektlos, sagt dann das, was da gewesen sein soll. Und als Außenstehender denkt man, ey, jo, das ist ja respektlos. Auf was anderes kann ich mich ja gar nicht stützen. Ihren Bruder Smagsy, er ist ein FIFA-Youtuber, der das Herz am rechten Fleck hat und auch ganz genau weiß, was Dankbarkeit bedeutet. Also schaut unbedingt bei ihm vorbei. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und er meinte folgendes zu dem Event. Ich hätte heute selbst Anreise und Hotel selber bezahlt, weil die Möglichkeit, überhaupt dabei zu sein, ist halt schon gigantisch gewesen. Und gerade was Eli halt alles organisiert und für uns Creator tut, dem sei halt alles das Zehnfache nochmal gegönnt, weißt du? Und du denkst nicht nur Smagsy, Ich find das halt so krass, weil ich bin mir sicher, dass viele Leute dafür Geld bezahlen würden. Ich bin mir auch sicher, dass Leute dafür Geld bezahlen würden, um mit Metallica mal live auf der Bühne zu spielen. Ist mir schon bewusst, dass Leute das gerne machen würden. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Je kleiner du bist, desto lieber würdest du Geld bezahlen, dahin gehen zu dürfen. Ja. Er war mal ganz kurz. Smagsy. Also nur kurz, damit ihr wisst, der Smagsy, der hat 300.000 Abonnenten, ne? Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt keine kleine Nummer, so 500 Abonnenten und würde da gerne mal mitspielen, sondern das ist einer, der ist in der FIFA-Szene voll mit am Start. Also das ist jetzt, keine Ahnung, ich glaube genauso würden das auch andere YouTuber sehen, die auch in der FIFA-Szene sind. in Keller, ja, Steini wird das auch so sehen. Wie viel hat Steini? Äh... Der Keller, ne? Er hat 590.000 Abos. Er würde Ähnliches sagen, also sorry, aber ja. Nehmen wir Bock, du da drauf hast. So denken halt scheinbar sehr, sehr viele, die dort mitgemacht haben. Klar, ist es... Ist auch völlig fein. Ist auch völlig fein. Und hat in meiner Aussage gar nichts. Ist doch schön, wenn die Leute sich darüber freuen. Habe ich überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil, ist doch super. Ist cool, wenn man die Kosten erstattet bekommt, das sagt man auch nicht. Nein, da freut man sich auch darüber. Ja. Aber wenn jemand ein Event unter Kollegen und Streamern veranstaltet, dann muss ich da keine Gage fordern. Das kann man vielleicht... Egal. Es ist nicht einfach nur, hey Freunde, kommt ihr da hin? So, sondern das sind Dinge, da laufen offensichtliche Absprachen über ein Management. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal unter Freunden gesagt habe, ey, das regelt unser Management. Vielleicht fordern, wenn... Hä? Also wenn das Management dann was sagt, dann sind das keine Freunde mehr, weil dann... Ich kann das doch übers Management laufen lassen, dass sie die Freunde einladen und dann können die Freunde sagen, jo, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Das ist eine Einladung und das ist nicht, ich buche dich für einen 45 Minuten Slot oder so eine Scheiße. Das ist eine ganz andere Thematik. Egal. Freundschaft endet, wo Management beginnt. Danke. Danke. Das ist der wichtigste Satz dazu. Wenn eine Firma dich bucht, damit du einen Auftritt hast, um die Firma zu repräsentieren oder um das Spiel zu promoten. Aber das ist ja hierbei nicht der Fall gewesen. Also das kann man nicht mal miteinander vergleichen. Damit wir aber erstmal wissen, weshalb er überhaupt über Eli so urteilen kann, muss man verstehen, dass er auch Ahnung von dem Gebiet hat. Ich kann mal ganz kurz aus dem Berufsleben eines Eventmanagers oder eines Projektmanagers reden. Erstens kenne ich viel aus der Szene und zweitens habe ich selber auch mal als das gearbeitet. Okay, dann hoffe ich hierbei auf sehr differenzierte Aussagen, denn dieses Event ist ja keine Messe, bei welchem man jetzt irgendwelche Influencer bucht, dass sie dann dort Auftritte haben oder so. Was hat eigentlich dieser Njigi geschrieben? Er ist ja auch voll mitten dieser Szene drin. Ich sage dasselbe, was ich gestern bei Harkon gesagt habe, wenn es selbst bei der Größe eines Elias nur Freunde sind und keine Gage kommt, ab welcher Größe werden Influenzen und der fair bezahlt. Der fein fair bezahlt, Junge, es geht ja um Reichweite. Es geht darum, es ist ein cooles Projekt, als ob man immer bezahlt werden muss. Es gibt auch Leute, die müssen nicht bezahlt werden und freuen sich einfach dabei zu sein. Ey, guck mal, ich habe eine Zeit lang, ich habe 20 Jahre Fußball gespielt und ich bin freiwillig jeden Sonntagfrüh aufgestanden für Turniere, für Fußballspiele und wurde nicht bezahlt. Das habe ich einfach freizeitmäßig auf mich genommen, ohne dass ich dafür eine faire Entlohnung bekommen habe. Es gibt auch sowas, das nennt sich aus Spaß und aus der Freude mit dabei sein. Warum muss man eine faire Bezahlung haben bei einem Turnier, bei einem Event, wo man auch so einfach gern dabei wäre? Ach echt? Ja, ist das... Also, also die, also tatsächlich, das sind halt wahrscheinlich Leute, die nur kommen, wenn sie Geld sehen. Es ist doch traurig, oder? Also, ich weiß gar nicht, inwiefern... Ja gut, ich, nee, keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts weiter großartig aufmachen, aber ich weiß nicht, wie die so da drauf eingestellt sind, kapitalistisch eingestellt sind, aber das ist so... Warum, warum wollen denn die da unbedingt das Geld sehen? Ich check das. Ist das Fußballspiel, das Fußballturnier in der Mercedes-Benz Arena keine Messe? Da hast du ja eine krasse Erkenntnis. Und auch keine Gamescom. Und... Ja, Junge, ich hab das vielleicht gesagt, weil du Young Feldsalat gemeint hast, ja, das ist wie bei einem 45-Minuten-Slot bei einem Künstler, den kannst du buchen für Auftritte, das kostet dann so 40.000 Euro in der mittelgroßen Klasse, so bei mittelgroßen deutsche Rapper und so. Deswegen hab ich gesagt, das ist nicht eine Messe oder sowas. Und deswegen hab ich den Vergleich gebracht mit der Messe, weil du gemeint hast, ja, die bekommen da eine Gage und so. Und auch kein Bock. Weil er sagt, ich verdrehe ihm die Worte und selber schnackelt ja nicht mal meine Vergleiche oder warum ich was anbringe. Das fight. Sondern dort spielen ja auch Freunde untereinander und naja, mal schauen, was er so dazu sagt. Sind Streamer-Kollegen keine Freunde, würde ich halt auch sagen, ne? Okay, dann sind Streamer-Kollegen. Next point, please. Wenn du Leute einlädst auf dein Event, ne, also die quasi dafür buchst, also quasi sagst, ey, komm zu mir und mach da mit. Quasi, ne? Quasi dafür buchst. Und du machst ein Konzert und du sagst, da sind verschiedene Artists. Na, die Leute, okay, ich verstehe nicht, warum man sich an der Formulierung so aufhängt, weil quasi dafür buchst ist doch total die sinnvolle Umschreibung dafür, was da passiert. Weil es ist eben nicht eine unverbindliche Einladung, wie wenn Niklas im Experion ne Aftershow-Party macht, wo man sagen kann, ey, ihr seid eingeladen, kommt doch vorbei, wenn ihr Bock habt. Sondern du hast dort nen Job, du bist dort eingebunden, ne, du musst dich an gewisse Regeln halten, du musst das Tagesprogramm mitmachen, ne, das ist, du hast dort einfach nen Job. Ne, das heißt, du musst dich drauf verlassen, dass die kommen, wenn du mit denen planst. Ne, das ist nicht einfach nur ne Einladung, komm, wenn du Bock hast, sondern, äh, die sind da drauf angewiesen, dass die Leute dort auch ihren Job machen, ne, nämlich Fußball zu spielen. Woher will er denn das wissen? Woher will er wissen, dass gesagt wurde, ja, da geht's dann so richtig zur Sache und nicht, jo, wenn du Bock hast, komm vorbei oder wir laden dich ein, das und das wird gestellt und so weiter. Ja, das weißt du doch gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass gesagt wurde, ey, jo, ich lad dich ein zu meinem Turnier, gib gern Bescheid, ob du mit dabei bist, ob du Bock drauf hast. Wir, ähm, zahlen, wir zahlen die ganzen Reisekosten und so, brauchst du dich nicht drum kümmern und, äh, da hast du eine schöne Zeit, dann gehen wir vielleicht noch danach feiern und so weiter. Ich denke schon, dass es so abgelaufen ist. Ich könnte jetzt Maxi fragen, aber guck mal, ich bin, äh, ich blende das schon extra mit ein und dann kommt er auch so, ja, hm, oder dann weißt du wieder nicht, ja, das Maxi ist ja überhaupt so vertrauenswürdig. Ey, ey, wenn dich jetzt Maxi fragt, dann wird das vielleicht auch so abgelaufen sein. Das ist, das genau das so war und nicht so, ja, jetzt, da geht's richtig zur Sache, ne, und, äh, du musst da und da, hast du deinen Termin, keine Ahnung. Das funktioniert das Event nicht. Das ist eben nicht, ey, das ist eine freundschaftliche Runde Kicken, sondern, wenn da jetzt zum Beispiel drei Sagen vor Ort, ey, ich hab zwei Bier zu viel gezwitschert, ey, ich spiel nicht mit, komm, lass jemand anderes mitspielen, das wird nicht funktionieren. Die müssen, das ist schon ein Job, die müssen schon da sein, die müssen dann auch schon spielen. Alter, sag bloß, liegt ja nicht, vielleicht auch daran, dass du selber sogar ankündigst, vielleicht dort zu sein bei diesem Event und dann natürlich auch deinen, oder den 17.000 Leuten, die vor Ort sind, dann auch zeigen willst, was du kannst, natürlich trinkst du dich da nicht voll. Und wer das macht, ist halt dumm und hat Pech gehabt und hat einen Skandal oder so. Also, was ist das denn? Und ich will, dass die kommen und jeder kriegt da einen 45-Minuten-Slot. Und da geht's nicht um große Hochkaräter. Ne, und du musst jetzt sagen, bei dem Snippet, das er da jetzt rausschneidet, rede ich gerade über ein, ähm, rede ich gerade über ein anderes, ähm, rede ich gerade über ein Event, das ich selber veranstaltet habe. Da reden wir von Leuten, mittlerer Deutschrap-Kosmos, die sagen, ey, ich hätte gerne ein gutes Hotel, ich will, dass die Anfahrt bezahlt wird, ich will was zu essen und ich will eine Gage. Die Gage, von vielen KünstlerInnen, die relativ groß sind, die beträgt teilweise 30.000 bis 40.000 Euro für 45 Minuten. Nur, dass wir mal verstehen, von welcher Dimension wir hier sprechen. Elias beklagt sich darüber, dass die Leute gern mehr hätten als ein 2- oder 3-Sterne-Hotel, vielleicht ein 4-Sterne-Hotel. Der weiß ja noch nicht mal, mit 2- oder 3-Sterne-Hotel, wer hat denn gesagt, dass diese Leute dort in einem 2- oder 3-Sterne-Hotel gehaust haben. Kann es vielleicht auch sein, dass sie in einem 4-Sterne-Hotel waren, aber halt ein 5-Sterne-Hotel haben wollten? War es nicht vielleicht so, als ob der denen dort hier irgendeine billige Ranzbude angeboten hat? Das glaubst du doch selber nicht. Und das ist auch so eine interessante Sache. Und dann sagt der noch irgendwas mit Jugendherberge. Ich bin davon ausgegangen, dass es um ein Upgrade von 3 auf 4-Sterne geht und habe auch so immer nur gerechnet, sodass ich jetzt im Nachhinein herausstelle, die waren in einem 4-Sterne-Hotel, wo sagt man, ich wollte ja, dass die ein 5-Sterne-Hotel kriegen. Das ist total absurd. Ja, es ist auch total absurd, immer zu verlangen, ja, 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 erste Klasse und ne, hä, du hast sogar in deinem Video gesagt, du, äh, für deinen Events, da hast du sogar extra, äh, den Leuten Handeln auf das Zimmer bringen lassen oder hingebracht, äh, weil, weil das waren extra Wünsche und das macht man so, wenn man irgendwelche Gäste einlädt oder bucht und was weiß ich. Junge, 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 selber sagen irgendwie, ja, ich verdrehe ihm die Worte im Mund, aber macht's nicht besser. Gerne in erster Klasse. Und wo hab ich ihn bitte die Worte im Mund verdreht? Ich bin immer noch gespannt, ne, dauert der noch eine Stunde und 17 Minuten, da kann er mir ja nochmal aufzeigen, wo ich das gemacht hab. Anreisen würden, bezahlt nicht mal ne Gage und sagt dann noch, die wären undankbar. Digga, wieso sollen die dankbar dafür sein, dass die da ein Event machen? Dass die da mitspielen? Würden die da nicht mitspielen? Dann würde's gar kein Event geben. Immer noch. Ja. Hä? Ich find's so interessant, dass halt den Clip, den Clip, also den Clip blendet er ja ein, um dagegen zu argumentieren, aber ich fand, den Clip ist total base von mir. Also das war eine der, find ich, schon guten Aussagen von mir. Ja, dann ist das traurig tatsächlich. Wir spielen Kollegen untereinander und nicht irgendwelche Künstler, die gebucht werden. Man weiß doch nicht, ob das Vier-Sterne-Hotel vor oder nach den Forderungen gewählt wurde, oder? Ich glaub, man weiß es nicht, nee. Also, da es eine Woche vor dem Event war, ist es schon realistisch, dass es schon ein Vier-Sterne-Hotel war. Man weiß es nicht, es kann auch anders sein, aber wenn das angeblich das Holiday Inn direkt an der Arena war, und, ähm, dann gehe ich davon aus, dass da schon alle Hotelzimmer gebucht waren, weil ansonsten hätte man die wahrscheinlich, äh, wären die Zimmer wahrscheinlich schon alle vergeben gewesen. Eine Woche vorher, safe. Ne? Also, das muss man schon sagen. Und geben. Immer noch, hier spielen Kollegen untereinander und nicht irgendwelche Künstler, die gebucht werden für einen Auftritt. Eli hat scheinbar extra darauf geachtet, dass die Leute, die dort mitmachen, sich zusätzlich untereinander noch gut verstehen, sodass der Spaß an erster Stelle steht. Ja, und das ist ja auch noch so ein Ding. Ich finde es immer so faszinierend, wie sich auch hingestellt wird und gesagt wird, nee, der macht so viel für uns, der macht so viel für die Twitch-Szene. Wie viel Prozent der deutschen Twitch-Szene sind denn dort vertreten und welche Bubbles sind dann ausschließlich dort vertreten? Das ist ja nicht so, als, äh, willst du jetzt Wildcards geben oder als, äh, wird man irgendwie gucken, dass, äh, ne, das ist ja trotzdem eher so ein Szenen-Ding, so ein FIFA-Ding auch. Ich glaube, ja, wo ist jetzt der Punkt? Ja, der macht mit Streamer Kollegen und Freunden, macht der ein Event. Richtig. Und jetzt, also, was wir da jetzt hinaus, ist jetzt schlimm, dass er das mit Kollegen und Freunden macht und nicht mit irgendwelchen Randoms, die er nicht kennt. Das ist doch völlig okay. Ob das hat dieser YoungFeld-Solat nicht ganz verstanden und Spoiler, ich habe das Gefühl, das wird er auch nicht wirklich verstehen. Jeder, der auch nur ein bisschen in der Veranstaltungsbranche drin ist, und ein bisschen Ahnung hat vom Booking, weiß, dass das, was Elias den Leuten da als Bezahlung anbietet, lächerlich ist. Es ist lächerlich zu sagen, wir übernehmen nur Hotel und Verpflegung. Schau mal, Elias... Finde ich eine legitte Aussage und das sieht ja Elias offensichtlich auch so, ne, sonst würde er nicht noch Aftershow-Party dazugeben, Äh, Anfahrt dazugeben, Äh, Plus Eins dazugeben, ne, also, die Prämisse, von der ich ausgegangen bin, ist, äh, ist, dass Anfahrt bezahlt wird und Hotel. Ich bin von einem Drei-Sterne-Hotel ausgegangen, bin von der zweiten Klasse Anfahrt ausgegangen und, ähm... Ja, was ist das denn? Oberadarm. Okay. Danke für die Vorwarnung von Herr Überdosiert an der Stelle, sonst wäre ich jetzt gestorben. Ah, Digger ey, das war schon heftig grad. Ähm, sowas wollte ich sagen. Genau. Ähm, so, das heißt, man sah das ja offensichtlich genauso wie ich, weil man hat den Leuten ja mehr gegeben, ne. Also das, was ich da sage, dass das, was das zu wenig ist, das wurde ja auch überboten. Also verstehe ich nicht, was die Kritik an meiner Aussage ist, weil offensichtlich hat man es ja genau so gesehen und auch umgesetzt. Lol. ... veranstaltet ein Turnier und sagt, ... Ja, ey, ich will jetzt gar nicht, also dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. ... schon im Vorfeld, was Phase ist. Also, wer wo schläft, der übernimmt die Kosten. Aber der versteht auch das Video immer noch nicht. Also ich glaube, er hat es davor nicht verstanden, währenddessen nicht verstanden, jetzt, äh, in der, in der Zeit, jetzt versteht es immer noch nicht. Und so weiter. Dementsprechend wissen auch die Managements oder auch die Influencer, auf was sie sich dort einstellen können. Deshalb können sie entweder zusagen oder sie sagen ab. Und wenn sie irgendwie höhere Forderungen stellen, dann... Übrigens, warum sind dort FIFA-Leute, ähm, in dieser Mercedes-Benz-Arena? Also warum, warum sind dort Kollegen? Wir hatten, ähm, Battle of the Socials in Mainz, beispielsweise, weiße und zufälligerweise war das Stadion nicht ausverkauft. Warum war das so? Und trotz, dass da über 100 Influencer waren, also so, so richtig riesige Influencer mit teilweise 50 Millionen Followern. Ähm, warum war es nicht ausverkauft? Ja, weil es halt keine Fußball-Streamer und YouTuber sind. Wenn du da alles Leute hast, die so eine Community haben oder so, so in der, in der Fußball-Bubble drin sind, dann interessieren die sich auch für Fußball und dann gucken die sich da gerne Leute an, die auch ein bisschen kicken können. Dementsprechend ist das doch völlig nachvollziehbar, dass, äh, dass dort die Fußball-Szene oder beziehungsweise die FIFA-YouTuber dort eingeladen wurden. Hätte ich das nicht anders gemacht. Dann können sie auch selber einen Aufpreis zahlen und fertig ist. Was? Ich dachte, das ist nur in Brandenburg. Nichts, glaube ich, bundesweit. Finde jeder hat das Recht, einen gewissen Standard zu verlangen. Warum sollte man sich für seine Wünsche rechtfertigen oder schlecht fühlen? Entweder Eli geht das ein oder nicht. What the fuck? Ja. Was man vielleicht noch sagen kann ist, ey, eine Woche vorher ist echt knapp, ne? Das finde ich, das ist, das ist auf jeden Fall legitim, das zu sagen, ne? Also eine Woche vorher zu sagen, ist echt knapp, ne? Aber wir kennen die Umstände nicht, warum das überhaupt zustande gekommen ist, ne? Wir wissen halt nichts. Wir haben halt diesen kleinen Clip von Elias, wo er rumrantet und das war's. Abstrakte Aussagen, abstrakte Informationen. Ja, und darauf stützt man sich und du hast dir ein ziemlich komisches Urteil gebildet von diesen paar abstrakten Aussagen. Also dementsprechend, hm, weiß ich nicht, Bruder. Also dann, dann kannst du ja auch nur damit arbeiten, genauso wie ich nur damit gearbeitet habe. Kann man sich so oder so, kann man so oder so sehen. Was mich genervt hat an der ganzen Sache, war ja, dass Alpha Kevin in seinem Retreat zum Beispiel Leute als Bastarde bezeichnet und will, dass die Leute von Events ausgeschlossen werden. Richtig. Also das muss man sich mal vorstellen und so jemand sagt dann, bei mir kracht's gewaltig, ich würde mich kaputt lachen, wenn am Ende rauskäme, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Monte oder so die Person war, die da nicht hinkommen konnte und das kommt am Ende raus. Ähm, da würde ich gerne mal die Gesichter sehen von denen, die jetzt halt so schlecht darüber sprechen über die Leute. Ja. Also wäre das jetzt ein Monte beispielsweise, dann steht die Kritik weiterhin so. Und dann ist das absolut undankbar, fertig aus. Weil, also jetzt, angenommen, es wäre jetzt ein Monte, ich glaube nicht, dass es ein Monte ist. Aber jetzt nur mal angenommen, es wäre ein Monte, der wird auch gar nicht in diese FIFA-Szene da so, ich weiß nicht, waren ja eher FIFA-Youtuber, deswegen würde der da gar nicht da reinpassen. Deswegen wird es nicht Monte gewesen sein. Wobei, er hat ja auch FIFA gezockt, ne? Egal. Aber jetzt angenommen, es wäre ein Monte, als ob Monte da nicht sagen könnte, okay, aufpreis und dann penne ich woanders. So, ey, der braucht das nicht. Äh, Monte hat aber gesagt, dass er vorher schon abgesagt hatte. Ja, also wie gesagt, das ist doch völlig egal und wenn das irgendjemand ist, den, den ich jetzt kenne oder so, dann steht die Kritik trotzdem und dann ist das immer noch undankbar und es ist völlig okay, das zu sagen und es ist auch völlig okay, sich darüber aufzuregen. Wir wissen nicht, egal wer das war. Ne, da rede ich von, was genau, das hat Monte by the way auch gesagt, dass er dann selber den Aufpreis zahlen würde, als ob, auch sehr wild. Da rede ich von, 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 von Niklas, der in meinen Augen schlecht über die Leute gesprochen hat und da rede ich auch von einem Alpha Kevin, der schlecht über die Leute spricht. Ähm, ich finde es, ähm, nicht verwundernswert, dass, wenn man sich so äußert, dass man selber halt auch oft nicht eingeladen wird. Auch wild eigentlich. Ich weiß nicht, also Young Felsalat, äh, äh, eingeladen worden, wie oft, äh, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich werde hin und wieder zu, äh, zu Events eingeladen. Ja, jetzt nicht direkt zum Mitspielen oder so, aber, äh, ich werde schon hin und wieder eingeladen. Das, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Letztes Jahr war ich in Berlin, äh, dieses Jahr bei Battle of the Socials wurde ich eingeladen. Ich will jetzt nicht zum Mitspielen, aber ich wurde halt mit eingeladen dorthin. Äh, dann, äh, Dings zu so einem Festival wurde ich auch schon eingeladen. Was war denn noch im Frühjahr? Ja, wurde ich auch irgendwo eingeladen. Aber ich weiß gerade nicht. Also jetzt im Binnen von einem Jahr wurde ich fünfmal eingeladen oder viermal eingeladen zu irgendwelchen Events. Also so wenig, glaube ich, werde ich jetzt nicht eingeladen. Das ist jetzt, es ist doch okay. Und dafür, dass ich Meinungsblogger bin, ist es relativ, also gerade dadurch, dass man dann vielleicht ein bisschen kontroverser ist oder so, äh, Wo geht's eigentlich so vom Einladungs-Dings her? Chemnitz, stimmt. Ja, Chemnitz war auch noch, ja, Chemnitz war auch noch. Oder war noch irgendwas, ja. Davor aber noch extra. Also ich werde schon, ich werde schon relativ, also das geht schon. Ich werde jetzt nicht komplett null eingeladen. Ich weiß nicht genug bekommen, ist halt einfach undankbar. Und zu Recht. Und ich habe bisher nirgendwo, wo ich eingeladen wurde, Geld gesehen, ja. Ich bin einfach freiwillig dort hingegangen. Nicht mal Reisekosten habe ich gezahlt bekommen. Nicht mal, nicht mal irgendwelche Kosten für, äh, Hotels. Ich war, pass mal auf, äh, äh, CEO, ja. Mit CEO hatte ich auch gar nicht viel zu tun oder so. Letztes Jahr, ähm, hatte CEO seine, äh, Kino-Premiere gehabt mit seinem, mit seinem Film. Äh, hatte ich keine Ahnung, so was mich da erwartet. Keine Ahnung. Mir wurde einfach gesagt, ja, wie schaut's denn aus? Willst du Berlin am Start sein? So hat, äh, von meinem Management, hat Baumir hat das gesagt. Hab ich gesagt, ja, gut, okay. Äh, bin ich selber persönlich alleine mit dem Auto drei Stunden nach Berlin, hab mir dann einen Film angeguckt, sind dann noch abends essen gegangen, ich hab übernachtet dort, hab alles selber bezahlt und bin wieder nach Hause gefahren. Ja, also, ich hab einfach für jemanden, den ich gar nicht weiter kannte, aber einfach nur, dass ich, weil ich eingeladen wurde, hab ich gesagt, okay, nehm ich, nehm ich so in Kauf und am Ende des Tages hab ich bestimmt drei, vierhundert Euro dafür gezahlt, wegen Spritkosten plus Hotel und so und das hab ich einfach so gemacht, ohne, ohne irgendwas zu verlangen, ohne dass ich gesagt hab, ey, hier, ich möchte die, die Anfahrtskosten haben und so weiter. Ich war einfach da und hab sogar noch Werbung dafür gemacht. Wazy, danke für den Prime Sub. Also, das geht sogar. Das, das ist machbar, nicht Geld dafür zu verlangen, sondern einfach aus kollegialer Sicht, aus freundschaftlicher Sicht, da einfach selber hinzufahren. Und nicht mal die Anfahrtskosten hab ich gezahlt bekommen. Ich hab's einfach, weil ich einfach vielleicht niemand bin, der, der das braucht, ja. Sich darüber aufgeregt, denn das ist ein Problem, was die viele haben. Da könnte man doch verstehen, dass du sagst, dass die Leute eine Gage verdienen oder verstehe ich das falsch. Was Karls Reaktion auf der Seite von dir ist super lustig. Was sogar dekadent lacht über Felsen. Hey, ich dachte, die sind, die hätte ich mir eigentlich so, ich dachte, die sind irgendwie ein bisschen connected oder so. Was hat sich da totgelacht? Verdienen tun die eine Gage? Also, im Sinne von, was hätten die verdient, dass man ihnen eine Gage zahlt? Das sehen andere bestimmt auch so. Also, wenn das ein Event ist. Junge, verdient, du hast es gefordert. Du hast es gefordert, dass sie eine Gage bekommen. Und alles andere ist halt, drei ist, weil Elias sich damit die Taschen vollhaut. Das ist dann ungefähr so deine Wortlaute. Freibäuter, danke für den Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Wirklich für den Support. Prus. Wo, wo, wenn man unter der Prämisse, dass es ein gewinnorientiertes Event ist und kein Charity Event, also, wenn man sagt, es ist kein Charity, alles was plus ist, wir wollen nur zusammenkommen, geil kicken, was Gutes tun, dann hätten sogar die InfluencerInnen, die gekommen sind, die hätten sogar ihr Hotel selber bezahlt. Und das hätte ich auch gesagt, ist wohl das Minimum. Ein Charity Event, was nicht gewinnorientiert ist, auf jeden Fall. Aber wenn es kein Charity ist, ist es gewinnorientiert. Und dann muss man sich halt fragen, okay, wie viel Gewinn wurde gemacht? Und war es wirklich nicht möglich, eine Gage zu zahlen? Ja. Ich hoffe, er nimmt keine Subs auf Twitch an. Aber wenn er jetzt noch damit Geld verdient, dann hoffe ich doch, dass er plus minus null rauskommt und das Geld irgendwo wieder seinen Zuschauern gibt. Weil ansonsten wäre es ja gewinnorientiert und da erwarte ich dann schon, dass irgendwo das Geld für sinnvolle Dinge ausgenutzt wird. Nicht, dass er noch davon profitiert, von seinem Streamzeug. Weil sonst finde ich das einfach zu krass gewinnorientiert. Und nee, also dafür supportet man den Streamer nicht. Und ich hoffe auch, der geht nicht einfach arbeiten, um Geld zu verdienen, weil das wäre ja auch gewinnorientiert. Junge, es ist völlig okay, gewinnorientiert zu sein. Meine Fresse. Dann ist halt Elias, dann hat er sich halt die Taschen voll gemacht. Na und? Er hat das ausgetragen. Jeder andere kann es auch austragen und besser machen. Und genauso gewinnorientiert sein. Ist okay. Macht man aber nicht, weil Elias kriegt es halt hin, im Gegensatz zu den anderen. Und dann wird er halt entlohnt dafür. Ist okay. Aber, ähm, ich bin der Meinung, wenn das irgendwie noch fair kalkuliert ist, kann man sagen, ey, man muss jetzt nicht unbedingt eine Gage bezahlen. Ich finde es okay zu sagen, man muss jetzt nicht unbedingt eine Gage bezahlen. Auch das ist Verhandlungssache. Auch das ist Verhandlungssache. Ach, auf einmal. Also in seiner, in seinem Video, was er da gemacht hat, da klang das noch anders, würde ich jetzt mal meinen. Da klang es noch anders mit diesem Gage bezahlen, weil das war ja eigentlich schon fast der Hauptpunkt, dass er sich beschwert hat, dass die keine Gage bekommen haben. Wie es denn sein kann, bei so einem Event, wo so viel Gelder fließen, dass da keine Gage gezahlt wird. Und deswegen hat er ja auch diesen Bogen gespannt zu seinem Event, was er damals gemacht hat, mit, ja, so beim mittelgroßen Deutschrappern, der wird für einen 45 Minuten Slot 30.000 Euro fällig. Aber gut, den Punkt zieht er jetzt wieder zurück. Aber ich verdrehe ihm ja die Worte im Mund. Das ist halt wieder das Problem. Wenn die Leute sagen, die kommen noch ohne Gage, dann kommen sie halt ohne Gage. Ich muss mal überlegen, wie ich meinen Titel für das In-Care-Video nutze. Ich glaube, ich mache da auch irgend so einen übel heftigen Clickbait-Titel, der so null stimmt. Dass ihnen das offensichtlich wert ist. Was ich vor allem sage ist, man muss sich vor Augen halten, dass es keine Gage gibt. Zum Beispiel, wenn du Acts hast, die bei dir eingeladen sind und du machst dann so einen Vertrag mit denen und die kommen dann, dann steht da nie drin, dass du Management und so auch noch bezahlen musst. Weil das rechnen die mit in die Gage. Die Tamara ist zu low. Also wenn du Kunstschaffenden buchst und der sagt zu, dann buchst du nur den als Einzelperson. Oder halt die Band als Kollektiv. Alles, was die noch drumherum organisieren, außer Anfahrt, Hotel und Catering und so weiter, bezahlen die von ihrer Gage. Also der Managementaufwand, dass Management Leute mitkommen, dass eine Crew mitkommt, das wird alles dann von der Gage bezahlt. Die gibt es hier nicht. Und das muss man betrachten. Man muss sich vor Augen halten, dass wenn es keine Gage gibt, dass man dementsprechend Kosten über die Gage auch nicht decken kann. Und dementsprechend ist eine Forderung nach einem Upgrade von verschiedenen anderen Dingen okay in meinen Augen. Muss man das eine Woche vorher machen? Nein. Aber ist es legit? Grundsätzlich, wenn es das schon das nicht gibt, das zu sagen, ey, das wäre schon cool, finde ich schon, ja. Wie das genau abgelaufen ist, weiß er keinen. Ich höre immer noch, wir reden von dem Punkt der Undankbarkeit, Herrn Felserler. Darauf musst du zurückkommen. Das, was er jetzt macht, ist einfach so ein bisschen von diesem eigentlichen Problem ablenken, weil der Punkt geht nur um das Thema Undankbarkeit. Und es ist undankbar, ja, eine Woche vorher oder kurz davor, das kam ja auch bei diesem Video raus, kurz davor zu sagen, ja, ich hätte, die Leute, die wollen hier erste Klasse, fünf Sterne Hotel, bla, blie, blub. So. Darauf bezieht man sich und dementsprechend ist das undankbar. Aber irgendwie, jetzt versucht er so ein bisschen, ich würde fast sagen, wie zurückzurudern. Und, um das Ganze wieder abzuschwächen, was er gesagt hat in seinem Video. Und in seinem Video hat er halt einfach Müll erzählt. Fertig aus. Keiner, ne? Also, für mich, für mich, ne? Jeder, wie er mag. Wir sind hier nicht bei einem Festival, wo ein Rapper für einen Auftritt gebucht wird, sondern auf einem Influencer-Event, bei welchem die YouTuber und Streamer Bock haben. Man kann das auch kostendeckend veranstalten als Werbung sehen. Egal, wie rum, mich verwundert, ist der, dass ihr euch da so reinhängt. Also, erstens mal hänge ich mit rein, ich habe eine Reaction dazu gemacht. Ansonsten sprießen gerade sehr viele YouTube-Videos aus dem Boden, die versuchen, mich anzugreifen. Also, das mal zunächst. Ich bin eigentlich eher... Wie viele haben denn das gemacht? Achso, ja, gut, nee, stimmt. Ich glaube, Keiser hat auch darauf reagiert. Von der Verteidigungshaltung und sag, ey, chillt mal, das ist auch so und so. Zweitens muss ich sagen, nein, du kannst sowas nicht geplant kostendeckend veranstalten. Das ist völlig realitätsfern anzunehmen, dass du ein Event, was ein risikobehaftetes Unternehmen ist, dass du das irgendwie null auf null planen kannst. Das ist unmöglich. Du musst mit Plus planen. Du musst... Hier gewinnorientiert. Es sei denn, wenn du machst schlechtes Event-Management. Wenn die hingegangen sind und haben gesagt, ey, scheiß drauf, Digga. Wenn wir da eine Million draufzahlen, ist auch egal. Okay, dann verstehe ich nicht, was das Ganze drumherum gesollt hat. Mit Join und so weiter. Da hätte man es auch auf Twitch ausstrahlen können. Wir reden hier, die Twitch-Szene kommt zusammen. Es wird nicht mal auf Twitch ausgestrahlt. Warum wird es denn nicht auf Twitch ausgestrahlt? Weil Twitch sich einen Scheiß um diese Dinger interessiert. Man fragt an, das war ja schon in der Vergangenheit der Fall, dass man angefragt hat bei Twitch, ja, wollt ihr das sponsern? Wollt ihr das mit organisieren? Und Twitch sagt dann, ja, ihr kriegt da 20.000 Euro zur Verfügung. Mit 20.000 Euro kannst du nicht mal das Kamerateam dort bezahlen. Also dementsprechend geht nicht 20.000 Euro. Also dort müssen sechsstellige Beträge fließen, dass das so veranstaltet werden kann. Dementsprechend sucht man sich halt andere Leute. Und wenn Join bereit ist, das zu zahlen, dann machen die es halt scheinbar richtig. Oder auch gut. Dann würde ich doch auch sagen, ja, ist okay. Weil dann kannst du es kostendeckend schon mal gestalten. Ey, ich finde, man konstruiert sich das ein bisschen zurecht, ne? Und, ähm, letzten Endes... Man konstruiert sich das zurecht? Du konstruierst dir gerade irgendwie das ganze Ding zurecht. Aber, aber sowas von... Plötzlich ist deine Ansicht... Also irgendwie sagst du wieder genau das Gleiche, was du davor gesagt hast. Also schon in deiner... in deinem anderen Video. Aber jetzt rutest du halt hin und wieder so ein Stück zurück, um das so ein bisschen abzuschwächen. Es ist halt so, dass es ein kommerzielles Event ist. So mit 16.000 Menschen. Ich werde... Wie kann man sich denn hinstellen und sagen, das ist eine Null-auf-Null-Geschichte? Warte mal ganz kurz, hat er nicht... Warte mal... Hat er nicht irgendeinen Punkt angebracht mit, weil es ist ja gewinnorientiert und nicht einfach nur Kosten decken und bla bla bla. Irgendwie ist sowas in der Art. Wenn... Weiß ich gerade nicht. Aber, ja, natürlich sollte das auch ein Gewinn erzeugen. Dann ist es auch ein erfolgreiches Event. Wenn du mit Minus rausgehst, ist es ja auch kein erfolgreiches Event gewesen, scheinbar. Wenn die... Wenn eine ausverkaufte Mercedes-Benz Arena nicht in irgendeiner Weise rentabel ist, was ist es denn dann? Was für ein Event musst du veranstalten, dass es sich rentiert? Wenn nicht eine ausverkaufte Mercedes-Benz Arena. Das ist das, womit du arbeitest bei dem Event. Ich... Leute. Pete, Moini. 17.000 Leuten Fußball zu spielen und zusätzlich bekommen die sogar noch eine dicke Promotion hinterhergeworfen. Also, wir reden hier von der... Und die dicke Promotion haben wir auch schon. Letztens im Stream wurde es nämlich auch schon als Argument genannt. Wir haben kleinere Creator die Zahlen mal geprüft, haben geguckt, ob sich das verändert hat nach dem Illigella Cup. Hat sich's nicht. Also, die These ist zumindest mal nicht messbar. Es mag sein, dass das allgemeine Imageverbesserung bringt. Ja, es geht nicht darum, dass du danach 10.000 Abonnenten mehr hast, sondern du wurdest wahrgenommen und es wird gezeigt, oh, der ist ja auch mit dabei. Und man hat jemand mal gesehen oder mal den Namen gehört. Das allein sorgt schon dafür, ah, den hab ich irgendwo auf dem Schirm. Nicht, ich guck mir jetzt die Videos an, aber wenn der dort und dort dabei ist, irgendwann sagt man, Alter, okay, der ist doch interessant, schau ich mal vorbei. Das kann natürlich einen Monat dauern, es kann ein Jahr dauern oder so, bis du dann sagst, ey, jetzt schau ich da aktiv vorbei. Aber es geht darum, dass du in der Öffentlichkeit einfach präsent bist. Dass das den Leuten irgendwie im Network Working-Rahmen Vorteile bringt. Ich will nicht sagen, dass das gar keine Vorteile bringt dort. Es geht vor allem auch um die gute Zeit, die die Leute als Eingeladene haben. Aber messbar ist das Ganze nicht. Der Effekt. von einem kommerziellen Event. Elias sagt nicht, ey Leute, habt ihr Bock, ein bisschen am Wochenende zu kicken? Der macht das ja nicht, weil er Bock hat, ein bisschen zu kicken. Das ist ein riesiges, kommerzielles Event. Ein riesiges Event. Und zu verlangen, dass Leute gagenlos da hinkommen und nicht mal sagen, Digga, ich hätte gern mehr, ich hätte gern einen besseren Schlafplatz als eine Jugendherberge. Das wird dann als undankbar geframed. Fand ich ultra krass. Hat mich, hat mich mega schockiert, als ich gesehen habe, wie viel da Elias recht geben. Ich möchte mal einen Alpha Kevin sehen. Das ist jetzt zusammengeschnitten. Zwei Aussagen von mir. Die erste war, dass ich gesagt habe, dass ich übertrieben habe mit der Jugendherberge, was ich übrigens auch dann in diesem... Ich habe nichts auseinandergeschnitten, weil diese Aussage mit der Jugendherberge, dass es übertrieben ist, habe ich in mein Video mit eingebaut, damit er eben nicht diesen Punkt bringen kann. Dicker Junge, sorry, aber wenn du selber deine Videos zurechtschneidest und ich blende das ein, ohne dass ich es überhaupt auseinandergecuttet habe, dann musst du dir vielleicht selber mal Gedanken machen. Ja, weil das kommt lustigerweise noch mal im Video mit drin vor. Ich habe es extra drin gelassen, dass er eben nicht diese Aussage bringen kann. Mit dem Außenkontext geschnitten. Ja, ja, die ist das. In demselben Video noch sage, ähm, ja, schon wieder Follow-Bot-Attacke, ne? Eingeschossen. Eine Sekunde, ich schalte es ganz kurz aus. Ähm, dass ich in dem Event, soll ich auf den Faden verloren? Eine Sekunde. Seht ihr, als ich gesehen habe, genau, zwei Aussagen, und zwar, ähm, meine erste Aussage war ja, ich, ultra krass, hat mich da hinkommen. Und nicht mal sagen, Dicker, ich hätte gern mehr, ne? Erstmal die Aussage mit der Jugendherberge, die ne Übertreibung war, im Rahmen dieses Entertainments und dieses Rants, wo ich auch sogar noch sage, im Video, mal gucken, ob es Alpha Kevin einblendet, ähm, Wird klar blendig sein. Su, 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 Alter, vielen Dank im Hype-Chat, werden wir uns bitte in der Hype-Chat, aber vielen, vielen Dank für vier Euro an der Stelle. Ganz Liebe. Ja, morgen ist Montag, jetzt ist doch nichts Schönes, oder? Wenn ich sogar noch im Video sage, ey, ähm, ist eine Übertreibung gewesen, so, ist natürlich keine Jugendherberge. Mal gucken, ob er das noch einblendet und dann eben der zweite Teil hinten drangeschnitten. Ich hätte gerne einen besseren Schlafplatz als eine Jugendherberge. Das wird dann als undankbar geframed. Fand ich ultra krass, hat mich, hat... Ne, und da sehe ich auch die Kritik, also da hätte man sagen können, ey, Digga, das hättest du so nicht sagen müssen, ne? War total, das war total die Übertreibung von mir, ähm, hätt man so nicht sagen müssen, ne? Aber ändert halt an meiner Grundargumentation nichts, ne? Aber man kann sagen, ja, das hätt man, man hätt sich nicht so polemisch ausdrücken müssen. Hat mich mega schockiert, als ich gesehen habe, wie viel da Elias recht geben. Ich möchte mal einen Alpha Kevin sehen, der auf jede Veranstaltung kostenlos geht und in der Jugendherberge pennt, Digga. Jo, da bist du... Ja gut, basiert Statement, basiertes Statement und verstehe ich, aber dann ist es ja nicht mehr weit dahin, dass Leute verstehen, dass du diese Gage forderst. Also sie mehr als nur verdient ist. Naja, das Ding ist halt, ähm, dadurch, dass ich sage, also ich verstehe, dass das draus gemacht werden kann, ja? Also ich verstehe, dass man da draus machen kann, ich hab ne Gage gefordert. Ähm. Ja, hast du? Also nicht, dass man das verstehen kann, du hast die Gage gefordert. Also das ist, du musst es bloß angucken. Also ich weiß nicht, außer du hast ein schlechtes Gedächtnis und weißt nicht mehr, dass du ne Gage gefordert hast, aber ja, hast du auch. Aber da ich halt explizit im Video sage, nee, das funktioniert gar nicht, man könnte so ne Gage gar nicht bezahlen, das heißt, man kann gar keine Gage bezahlen, aber man muss sich vor Augen halten, dass... Hat der, hat der, hä? Wo hat er denn gesagt, dass man das nicht zahlen kann? Ganz im Gegenteil, der wollte, dass da ne Gage gezahlt wird oder hat gesagt, er findet das frech, dass man keine Gage zahlt. Also jetzt, jetzt soll es doch Quatsch. Dass es eben auch keine gibt und dass damit halt dann auch eben nicht für die Leute, die kommen, kostendeckend gearbeitet werden kann, das gehört halt auch zur Wahrheit, ne? Bist du ausgerechnet bei mir an der falschen Adresse? Ich war bisher bei jedem Event freiwillig, ohne etwas dafür zu bekommen. Also ob ich übernachtet habe, habe ich selber bezahlt oder ich bin mit einem Auto dort einfach freiwillig hingefahren, ohne dass ich gesagt habe, ey, ich möchte bitte die Kosten erstattet bekommen. Spielt aber... Okay. Okay. Kann er ja machen. Keine Rolle, denn wir reden ja jetzt hier von diesem... Ja, kann er machen. Ich beziehe mich ja gerade darauf, dass du meintest, ich will ja mal einen Alpha Kevin sehen, wie er sowas macht. Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Das Ding. Und... Ja, ne? Ja, hat er selber gemerkt. Da hat's... Hä? Denn wir reden ja jetzt hier von diesem Elias-Ding. Und... Ja, ne? Ja, hat er selber gemerkt. Was habe ich denn da selber gemerkt? Dass ich da seinen Punkt auseinandergenommen habe, weil ich halt nicht so bin, wie er mich eingeschätzt hat scheinbar. Hat Maxi auch etwas dazu gesagt, was sich gleichzeitig auch Dankbarkeit nennt. Ihm juckt das Ganze nämlich herzlich wenig, was Gage angeht und so weiter. Denn für ihn war das Event einfach sehr, sehr gut. Ich finde das so geil. Ja, da gibt es Leute, die juckt das wenig mit der Gage. Okay. 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 Aber... Hat auch keiner gesagt, äh... Dann... Junge, ich wiederhole mich nur. Ja, sag. Ich habe keine Gage gefordert. Und mal wieder... Junge, du hast... Gerade eben sagt er, ja, kann man es so reininterpretieren, dass ich eine Gage gefordert habe. Den Punkt sehe ich ein. Und jetzt sagt er, yo, ich habe keine Gage gefordert. Digga, du hast eine Gage gefordert. Wenn du tausendmal dich beschwerst, dass die Künstler dort keine Gage bekommen haben. Und... Und dass Elias so... so profitorientiert ist. Also wirklich. Der muss doch mal... Wir sind noch nicht so lange drin. Aber der muss es doch mal mitbekommen haben, dass er da eine Gage gefordert hat. Er checkt sein eigenes Video nicht. Was ist das denn? Wieder alle in der Szene zu sehen und um einfach Spaß miteinander zu haben. Also, ich kann dir jetzt schon mal als Eins schon sagen. Also, ich habe mich nicht abgezockt gefühlt oder Sonstiges. Es war einfach so ein unfassbar krankes Event. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war familiär. Junge, er sagt, Alpha Kim, verdreht mir die Worte im Mund. Es ist genau andersrum. Wirklich. Wenn, dann ist es genau andersrum. Oder er verdreht sich selber die Worte im Mund. Um irgendwie jetzt so ein bisschen besser dazustehen. Aber er macht es halt jetzt auch nicht wirklich besser. Es war unfassbar top durchkoordiniert. Und also abgezockt hat sich, glaube ich, dort kein einziger Mensch gefühlt. Also, wirklich nicht. Ich glaube, die Vorfreude und allgemein die Freude, dass man halt alle Leute wieder sieht, war viel, viel größer. Und ich habe nie, also wirklich nie eine Sekunde dran gedacht, dass ich hier abgezockt werde oder sowas. Also, Streamer und Kollegen. Na, es ist jetzt auch so ein krasses, so ein krasses, wenn mich so hinstellen, als wäre ich der Meinung, dass Elias das Event nur macht, um Leute abzuzocken. Sondern ich finde, wenn man der... Er hat keine Gage gefordert, sondern angeführt, dass wenn man es schon keine Gage gibt, es okay ist, was kostet und logisch, keine Ahnung, ist sehr gut zu gestalten. Ja, aber dann ist die Frage, erst mal, es wurde ja gar nicht gesagt, von was zu was der großartig geupgradet wird. Und wenn, dann wurde gesagt, ja hier, erste Klasse, dies und das. Und sorry, aber wenn wir von einem Event reden, wo Streamer-Kollegen und Freunde eingeladen werden, dann ist das undankbar. Und allein schon bei dem Punkt ist es halt einfach Quatsch, da großartig irgendwie das Thema draus zu machen, wie es Jan Felserlatt gemacht hat. Also das ist schon Quatsch. Und dann hat er in seinem Video ja gesagt, dass er es ja frech findet, dass es keine Gage gibt, was ja impliziert, yo, bezahl eine Gage. Oder das sollte man schon fordern, so eine Gage. Also dementsprechend kann man das doch ganz klar reininterpretieren, dass er da eine Gage fordert, weil er meint, das ist ja mega profitorientiert, das ist ein Millionengeschäft. Also es wäre da schon eine Gage und ohne Künstler könnte man es ja gar nicht machen und so weiter. Also ja, man kann es schon und das sagte er vorhin auch, ja indirekt kann man das schon so sehen, dass da eine Gage gefordert wurde. Ja, äh, angenommenen, äh, der angenommenen Infos, dass es um ein 3 auf 4-Sterne-Hotel-Upgrade geht und ein Ticket erste Klasse geht, ähm, dass ich finde, wenn man den Leuten das nicht mal gibt, das und trotzdem Gewinn macht. Ja, hat er nicht im Titel stehen, Elias zieht YouTuber ab? Nee, er hat gesagt, dass er irgendwie, ja stimmt, oder? Elias zieht, was war sein Titel nochmal? Oder beutet irgendwie, nee, warte, er zieht Elias N97 andere Influencer ab. Würde passen. Würde passen. Wenn man keine Gage zahlt. Das ist, äh, das auf jeden Fall in der Form von Ausbeutung ist. oh, wait. Angenommenen, äh, der angenommenen Infos, dass es um ein 3 auf 4-Sterne-Hotel-Upgrade geht und ein Ticket erste Klasse geht, ähm, dass ich finde, wenn man den Leuten das nicht mal gibt, das, und trotzdem Gewinn macht, dass es, äh, dass es auf jeden Fall in der Form von Ausbeutung ist. Also, das muss man doch sehen. Also, das ist im Endeffekt ja nicht so wahr. Weil es nie gesagt wurde, dass es von 3 auf 4 Sterne ist. Wie? Wurde nie gesagt. Deswegen kann ich dann schlecht sagen, ja, dementsprechend ist es eine ganz klare Ausbeutung. Wie es von Elias gesagt wurde. Junge, es wurde auch nie irgendwas gesagt von der Jugendherberge oder so. Also, er hat es ja sehr überspitzt dargestellt. Aber er, er, er dachte so, Elias gibt den Leuten da irgendeine, keine Ahnung, die leben hinter der Pommesbute oder so. Dass es ja eben doch die Leute eine Plus Eins bezahlt bekommen haben und so weiter. Also, dass die Forderungen ja dann doch erfüllt wurden teilweise. Zumindest so mein Informationsstand. Zeigt doch, dass es ja eben doch legit war. Kollegen haben sich dort unter ein, dann sind nicht... Aber bei allen, die da mitmachen, muss ein Event doch einen Nutzen haben, wenn es nicht Geld ist. Die Leute machen da doch freiwillig mit. Wenn dieser Nutzen oder Sinn erfüllt ist, ist es doch für alle fein. Voll. Aber für einige war wohl der Sinn der Nutzen nicht erfüllt. Weil die haben ja gesagt, sie wollen einen Upgrade haben. Dann ist es ja eben nicht für alle erfüllt. Sondern nur für einen Teil. Und das kommt ja nicht von mir. Ich habe ja nicht gesagt, ey, voll scheiße, dass die nicht mehr kriegen. Sondern die haben sich ja selber beschwert. Ein Management hat sich beschwert. Nicht die haben sich selber bezahlt, einfach ein Management. Wie viele Influencer darunter waren, keine Ahnung. Oder ob sich Influencer direkt beschwert haben, weiß ich nicht. Aber es hat sich ein Management beschwert. Bei Elias. Das war ja nicht ich, sondern die Leute haben sich ja selber beschwert. Ich finde diese Thematik sendet für mich gefährliche Zeichen. Viele Affiliates strugglen hart damit, ihre Subpreise zu rechtfertigen. Wie sollen Streamer Ihnen überhaupt dann auf die Idee kommen, generell Geld für ihre Arbeit zu verlangen? Das wird dadurch halt generell erschwert durch solche Events, weil man halt eben schon damit plant, dass die Leute halt eben das kriegen, was sie jetzt halt kriegen. Ja, man muss halt ein bisschen abwägen, ob man dann so ein Event nicht lieber so plant, dass man sagt, ey, man kann die Leute halt auch bezahlen. Kann man sich auch überlegen. Das war aber nicht meine Ursprungsaussage. Aber ich, IC, was du sagen willst, ich finde, da hast du auf jeden Fall recht. Es gibt Leute, die juckt es weniger mit der Gage. Währenddessen ist YouTube ein Haifischbecken von Leuten, die sich einen keulen auf ihr Business. Aber nur klar, kommerzielle Events zählen da natürlich nicht zu. Das ist, du hast halt so ein großes Problem mit der Sache, weil die Leute kriegen funkelnde Augen, wenn sie dran denken, dass sie Das ist ja eine komplette Katastrophe. Dass sie da mitspielen dürfen. Arul, danke für dein Abo. Ich küsse deine Lungenflügel intensiv. Dankeschön. Die Leute kriegen Funkeln in die Augen, wenn die halt dort mitspielen könnten. Wenn die darüber nachdenken, ich wäre da dabei. Weil die das geil finden. Das finde ich eine voll coole Sache. Also ich finde das voll schön. Da würde ich niemals gegen argumentieren. Viele Leute würden dafür Geld bezahlen, um hinzufahren. Aber es waren eben nicht viele Leute, sondern es waren bestimmte Leute, die da eine andere Vorstellung von hatten. Und dann das ist dann eben Verhandlungssache. Das ist eine Managementabsprache. Die kann zunächst mal im Managementkreis bleiben, das nach außen zu tragen. Und da weiche ich keinen Millimeter von ab. Das finde ich nach wie vor absolut unprofessionell, da Druck zu erzeugen, Managementabsprache nach außen zu tragen und da einfach nur selektiv Infos preis zu geben und Leute unter Druck zu setzen. Das finde ich, sollte man nicht tun. Tja, ist halt... Ich finde das eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich relativ gut, das mal zu zeigen, wie das teilweise abläuft und wie abgehoben manche Menschen sind. Das zeigt eigentlich auch ganz gut, wie es manchmal in der Szene so abläuft. Und davor wussten das ja Leute nicht, dass manche Menschen so krasse Schnösel sind, dass sie da irgendwie so die Überupgrades haben wollen. Ich meine, was will ich... Sorry, aber die sind keine Superstars. Das sind einfach Influencer. Ja, und deswegen ist es eigentlich ganz gut, und außerdem es wurden auch keinen Namen genannt. Deswegen kann man eh nicht sagen, ey, dass denn das Management war es und der und der YouTuber. Sondern es wurde einfach nur gesagt, jo, da gibt's ein Management, die haben das und das gefordert. Es ist für mich in Ordnung und legitim, das mal anzusprechen und sich darüber abzufacken, dass es einfach undankbar ist. Ist halt aber nicht das, wo die Leute drauf eingehen. Die Leute versteifen sich halt auf meine Einschätzung, dass das eine Sache mit hohem Gewinn war und sagen, das stimmt nicht. Nee, die haben keinen Gewinn gemacht. Das ist... Das ist im Prinzip, ist das der Kernpunkt. Ich sag, doch, die haben voll viel Gewinn gemacht. Die anderen sagen, nee, die haben keinen Gewinn gemacht. Die haben Minus oder auf Null Gewinn gemacht. So, naja. Was soll ich da sagen? Das ist halt ein völlig unterschiedliches Fundament, auf was man da diskutiert. Abgezockt gefühlt, weiß ich nicht. Ein Plan macht diese Verteidigung von Elias Sol. Die Leute verteidigen den wegen eines... Deswegen hat Sonnemund hier vorne reingeschrieben. Also ich Sekunde... Sonnemund hat gerade reingeschrieben, Alpha Cameron redet genauso. Einen Sturz wie KuchenTV. Ohne Sinn und Verstand labert er nur von Respekt und... Weiß nicht, was da noch kommt. Weil Sonnemund hat vorne auch reingeschrieben, ey, du guckst ja auch bei mir in die Streams hin und wieder. Er hat auch irgendwie sowas reingeschrieben, so dass YoungFeldSalat in jedem einzelnen Punkt recht hat. Okay. Dann ist das so. Dann muss ich damit leben. Der Dinge darstellt und keine Fakten liefert. Du reagierst darauf, lieferst Fakten, wie so ein Event gestaltet wird, kostet und eventuell einen Gewinn abwirft und du bist der, der den Hate abbekommt. LOL. Im Nachhinein verstehe ich, wie das so kommen konnte, wie es jetzt gekommen ist. Im Vorfeld hätte ich das nicht erwartet, dass das so abgeht. Dass sie da keine Gage bekommen haben und so weiter. Und wenn das schon Leute sagen, die dort vor Ort waren, dann kann man das auch durchaus ernst nehmen. Und diesen Respekt... Kann man ernst nehmen, ja. Man kann die... Ja, die Leute haben ja ihre Meinung dazu, ne. Und haben halt... Jeder hat halt einen anderen Preis, ne. Wenn hier es Maxi zeigte, das sollte eigentlich normal sein. Und das finde ich sehr, sehr anständig. Okay, aber die InfluencerInnen haben doch potenziell Einnahmeausfälle, wenn sie zu dem Event kommen, sind zwei Tage unterwegs, können in der Zeit nicht streamen, etc. Warum sieht man das nicht? Darauf wurde eingegangen von Nikolas, der gesagt hat, dass die Exposure bei so einem Event mehr wert wäre, als zu streamen und Content zu machen. Dem würde ich widersprechen. Wir konnten es nicht messen. Also wir konnten nicht feststellen, dass das irgendwie einen Reichweiteneffekt hat, auf dem Event zu sein. Das konnten wir nicht... In Zahlen nicht abbilden. Wir haben bei verschiedenen Leuten geguckt auf Twitch. Hat sich nichts verändert. Monetär gesehen, wäre es rentabler gewesen, anderen Content zu machen, anstelle, damit zu machen. Aber wenn man das jetzt als Argument anführt, dann sagen die wieder, ja, nee, es ging ja um den Spaß. Es ging ja eben nicht ums Geld. Dann dreht sich es halt wieder in die Richtung. Und dann sage ich wieder, ja, okay, ging nur um Spaß und nicht um Geld. Okay. Man sollte nicht nur irgendein Ultimatum... Die haben Content gemacht, Vlogs etc. pp. Ja klar, die können daraus auch Content machen, ne? Ach. Ach man, ey, wirklich. Also es wurde ja sogar Content daraus gemacht. Das ist ja auch absolut wild. Das ist doch die Frage, ähm, in wie weit, in, 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 inwieweit das monetär abbildbar ist. Ey, ihr habt dich gerade in einem Video gesehen, hätte man noch oft... Junge, inwie... Ey, das ist schon echt ermüdend. Diese Rechtfertigung die ganze Zeit anzuschauen. Ja, ja, da haben manche Content gemacht, haben da hunderttausende Aufrufe drauf bekommen. Ja, monetär abbildend, ja, ich habe auch nicht die Einnahmen gesehen davon. Aber kann schon sein, dass sich das gelohnt hat. Topic Frage. Dein Bart gefärbt oder ist das rötlich? Äh, natürlich. Das ist natürlich. Ich habe rötlichen Bart und habe eigentlich schwarze Haare. Äh, I don't know. Ah, man sieht es auch in den Augenbrauen. I don't know. Ich bin, äh, äh, bunt. Stellen, dass man eine Extrawurst bekommen will. Dann sag halt direkt das Turnier ab, wenn es dir nur um Geld oder Luxus geht. Dass das funktioniert, dann sag das, wenn es dir nur um Geld oder Luxus geht. Ja, wenn es da drum überhaupt nicht geht, dann frage ich mich, warum man überhaupt Hotels bezahlt. Also, wieso, wieso müssen die Leute dann, wieso wird denn überhaupt was bezahlt? Wieso kriegen die überhaupt noch eine bezahlte plus eins jetzt doch noch am Ende? So, ne? Das sind halt so Dinge, wo ich mich frag, äh, offensichtlich hat man ja dann doch nachgegeben. Oder, es war im Vorfeld schon so und man hat es halt aber auch einfach dann so hingestellt, als wäre es nicht so. Das so zu framen, das finde ich sehr, sehr, sehr krass und dass die Leute auch noch drauf anspringen. Auch ein Alpha Kevin, der sagt, oh, Digga, äh, Junge, ist das peinlich. Größte Opfer, die sich als was Besseres fühlen, wegen ein paar Abonnenten auf Twitch, TikTok oder YouTube. Digga, wir haben hier einen Veranstalter von wahrscheinlich einem Millionen-Event, der nicht bereit ist, Gage zu zahlen oder in Hoteln angemessen ist. Und die sind die Leute, die sich als das Besseres... Er setzt einem permanent voraus, dass Menschen nicht nett sein können. Das ist halt, ey, das ist halt leider wirklich so. Er denkt die ganze Zeit, dies sind alles übelste Arschlöcher. Äh, ich überlege, ich überlege Richtung Ende zu skippen und, äh, dann, dann mir sein Schlussfazit anzuschauen, weil ich wirklich, dieses, das ist wirklich nicht mehr lustig, es ist einfach so viel zurückgeruhter und irgendwie das harmlos absprechen, es, äh, macht doch gar keinen Spaß. Er, er wiederholt sich hier auch die ganze Zeit, obwohl es, ach, weiß ich nicht, ob er es nicht verstehen möchte, aber er versteht es einfach nicht. Ich skipp jetzt hier, ich skipp jetzt hier vor, ich will wissen, was er zum Schluss sagt. Man sagt, ey, das laberst du für eine Scheiße. Elias Bin, also kannst du mich doch maximal mit ihm vergleichen. Das ist von vorne bis hin halt komplett unschlau und da gibt halt auch gar keinen Sinn. An dieser Stelle, nee, doppelte Geschwindigkeit, nee, Tamara, das ist auch kacke, so zum Zuhören. Äh, WTX, Dankeschön für den Sub, Bro, 21 Monate, ganz, ganz viel Liebe. Und ja, natürlich bekommst du Fußballer. Möchte ich nochmal bei zwei Jahren sagen. Dieser Young Felsalat hätte mit einigen Aussagen mit Sicherheit recht, wenn wir hier nicht vom Elias Cup sprechen, sondern Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich bin gerade Oh, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt sagt. Ja, ey, Admirat, danke für die 100 Bits, ich habe auch starke Schmerzen, sag dir ehrlich. Ich bin ein bisschen sprachlos. Von vorne bis hin halt kommt. warum ist er denn sprachlos? In Aussagen mit Sicherheit recht, wenn wir hier nicht vom Elias Cup sprechen, sondern Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos. Von vorne bis hin halt gerade, er führt seinen Punkt nicht direkt fort, weshalb er sprachlos ist. Komplett unschlau und er gibt halt auch gar keinen Sinn. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dieser Young Felsalat hätte mit einigen Aussagen mit Sicherheit recht, wenn wir hier nicht vom Elias Cup sprechen, sondern wenn wir hierbei von Künstlern sprechen, die gebucht und bezahlt werden. Das ist aber Aber das ist hier nicht der Fall. Ja, das ist hierbei nicht der Fall. Richtig. Richtig erkannt. David, danke für den Stufe 3, Ere Mann, vielen, vielen lieben Dank. Werden, sondern eingeladen und nicht bezahlt werden. Ja, das hat er ganz gut auf den Punkt gebracht. Hier bei 0 der Fall und dementsprechend ist eine gesamte Akkommendation regelrecht hinfällig. Schreibt gerne mal, wie ihr das so seht. Ich werde mir jetzt erstmal eine Austeit gönnen, denn ich habe genug von den starken Schmerzen. Spaß, ich habe eigentlich Bock, mir die Schmerzen noch weiter zu gönnen, deswegen ziehe ich jetzt nochmal richtig durch. Lasst super gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich riesig freuen, auch um den Algorithmus zu pushen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön, ich denke ich an das Wänchen, euer Alpha Kevin und ciao. Das wollte ich einfach mal loswerden, weil es mich einfach nervt, dass Menschen, wie so ein Elias, so einen extremen Druck ausüben, so viel Zuspruch kriegen, für so einen unfassbar unterirdischen Drecks-Take, von wegen, man muss läuten, man zahlt schon keine Gage, aber man beschwert sich noch, wenn Leute ein bisschen Komfort bei der Anreise wollen. Ja, war ziemlich smart, das natürlich ans Ende zu schneiden. Ähm, ja, also, bleibe ich dabei. Ähm, gut, verstehe nicht, dass er die Inhalt von Vertragsverhandlungen öffentlich macht, vielleicht wollte er den Meinungsbloggern damit auch nur Content verschaffen, da wäre er doch ein... Ticker, vielleicht wollte er Meinungsbloggern Content verschaffen, der hat das in einem Stream erzählt und noch niemand hat außer Elias wirklich Content gemacht. Es ist auch nur öffentlich geworden, weil es auf Twitter random jemand gepostet hat. Es ist ja nicht mal so, dass ich darauf aufmerksam geworden wäre oder irgendwer wäre darauf aufmerksam geworden. Hätte das nicht jemand irgendwie geteilt auf Twitter. Ja, Eli hat das gemacht, um Content zu schaffen für Meinungsblogger. Ich denke, das wird es sein, weil Eli noch nie auf einen Meinungsblogger reagiert hat, weil ihm das scheißegal ist, was wir machen. Ein gönnender Mensch. Kann auch sein, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, dass, äh, dass ein Schnellschuss war und dass er, äh, keinen Bock hat, darüber zu reden. Ich habe noch nicht erlebt, dass er das irgendwie aufgreift. Ich glaube auch nicht, dass es aufgreift. Ich hoffe auch nicht, dass er es aufgreift, weil es wäre halt auch mega unangenehm. Also, äh, was soll da, was soll er, was soll man denn dazu sagen? Die einzige Möglichkeit. Was zum Thema Alpha Kevin wird sich das nicht anschauen, doch wird er. Er wird checken, ob du darauf reagiert hast. Er hat on stream auch direkt bei Mango geschaut, ob was kommt. Es wird noch was kommen. Hat er das Video über Mango getreten. Junge, krass, Alter, Enchiki, der ist richtig krass bei mir am Start, um zu gucken, ob ich irgendwelche Videos gegen irgendwelche Leute mache. Das ist stark. Ihr könnt gerne weiter mich supporten. Ihr könnt auch gerne einen Sub da lassen. Dann könnt ihr sogar meine VODs anschauen. Ich könnte die Eltern sich dazu zu äußern, Transparenz zu schaffen, dass wir da nicht machen und nicht machen können. Was zählt ist, dass die Leute, die sich inhaltlich damit beschäftigen wollen, das getan haben. Wir haben hier darüber diskutiert und das war wichtig. Voll lieftig. Hier einmal auch an die Leute, die hier so bei ihm im Chat sind und das so, jetzt so ein bisschen abrenten und irgendwie gucken. Ja, Alpha Kevin, ganz, ganz schwierig. Jetzt ist gerade Hype Train. Ihr könnt sogar noch bei mir jetzt irgendwelche Immorts da abstauben. Jetzt langt doch zu, Mann. Es ist hier, es ist günstiger als sonst. Voll. Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Hallo, Jungkunden Salat. Zu Weihnachten bekommst du sicher die 58 Rejection oder Meinungsvideo zu dem Thema Kappa. MS, danke für 50 Bits. Zum Thema Alpha Kevin wird sich das nicht anschauen, doch wird er, er wird checken, ob du darauf reagiert hast. Er hat on Stream auch direkt bei Mango geschaut, ob was kommt. Es wird noch was kommen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, wenn Alpha Kevin das entgegen meiner Erwartungen, weil ich habe das Gefühl, dass er mir nicht so freundlich gesinnt ist, aber vielleicht täusche ich mich da und er macht gegen meine Erwartungen auf seinem Hauptkanal nochmal ein Video, wo er sagt, ey, yo, da wurden jetzt Sachen eingeordnet, das würde mich sehr wundern. Nein, dazu mache ich kein Video, weil es ist ja exakt das gleiche, was er schon davor erzählt hat, hat er jetzt nochmal erzählt. Da ist ja nichts, was nochmal neu wäre oder wo ich sage, ey, das wäre auch nur ansatzweise ein Video wert. Würde ich aber appreciaten, so, ne? Auf jeden Fall wird das appreciaten. Ne, auf jeden Fall auch starke Bewertungen. Also, im Prinzip ist das Thema auch auf seinem Kanal gut angekommen, ohne dass ich dazu irgendwas gemacht habe. Äh, ne, top, top, wirklich. Ist einer meiner Lieblings, äh, ne, Streamer an der Stelle. Muss auch mal gesagt sein. So, wait, wir machen das mal so hier. Zack, zack. Ja. Was schreiben die Leute? Also, sorry nochmal an der Stelle, ich habe hier eine Stunde knapp geskippt, aber was soll ich dazu sagen? Es hatte den Grund, weshalb ich geskippt habe. Es ist halt immer nur das gleiche gewesen. Und zum Schluss, der Abschluss, die Abschlussworte waren ja ebenfalls alles gleich. So viel Influence zu erklären ist und er versteht es trotzdem nicht. Gerudert wird auch heftig. True. Danke für die Einordnung. Okay. Äh, sorry, das Zurückroutern jetzt ist tatsächlich fast diametral von dem, was du vorher rausgehauen hast. Not Trustworthy. Nein, also sogar die Leute hier checken das. Die Reaction ist genauso peinlich wie die Gelösch... Was, wie die Gelöschte? Die Gelöschte auf Nikolas. Ich musste mich nicht bei Join anmelden und konnte es gucken. Wo ist das Einrad? Jongniere lieber ein paar Salate. Ehre für den Salat, danke für das Video. Haben die Leute drauf geschrieben, ich drehe es komplett. Ah, ich bin auf YouTube. Gönnt ihr Ehles Video zum neuen Urus? Mach eine Reaction drauf, suchst doch. Wie eine 5-Euro-Dings in der Reichweite. Ne, sorry, aber es ist keine gute Reaction von dir, das ist uneinsichtig. Ich frage mich immer noch, wer du wissen willst, ob eine Gage überhaupt gezahlt wird oder nicht. Ähm, wir haben einen neuen FIFA-Gaming gefunden, nur irrelevant. Okay, also die Leute, die sind jetzt nicht positiv auf ihn gestimmt, sehe ich jetzt gerade so. Ähm, du brauchst gar nichts und kennst nicht mal den Unterschied zwischen buchen und einladen. Ja, darum geht es eigentlich. Also das ist der Unterschied zwischen buchen und einladen und das hat er, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Das ist halt so ein bisschen traurig. Junge, du hast nicht kapiert, einladen und buchen ist ein Unterschied. Das Event war kostenlos zu gucken, keiner muss sich anmelden und anstatt einfach zu sagen, sorry, meine Argumentation war dem nicht, versuchst du dich weiter rauszureden, weil du selber absolut kritikunfähig bist. Ja, also ich verstehe es auch nicht ganz. Er hat sich da wirklich ganz gut, äh, rumgeredet, aber es ist irgendwie zu nichts gekommen. Ne, ja, Based Reaction von dem war wirklich stark.